willkommen auf meinem kanal streampunk und auch willkommen zu einer ganz besonderen blitz news ausgabe ja ihr seht hier ein merkwürdiges bild lieferadresse rechnungsadresse ich möchte es gleich zu beginn einmal auflösen mir sind unterlagen zugespielt worden die belegen dass viviane fischer in welcher in welcher funktion auch immer ob als 2020 news oder wie auch immer ein halbes jahr lang mit dem büchergeld gearbeitet haben muss das belegen diese unterlagen ich zeige gleich noch zwei andere fotos und es sind viele fragen offen ich möchte frau fischer keineswegs beschuldigen das liegt mir fern ich möchte fragen aufwerfen und vielleicht dem ein oder anderen die möglichkeit geben darüber nachzudenken vielleicht stolpert die verteidigung irgendwie darüber und sieht irgendwie die möglichkeit das zu verwenden in der verteidigung ich weiß es nicht inwieweit das relevant sein kann aber ja und derjenige der diese unterlagen bereitgestellt hat ist auch persönlich bereit das an eidestadt zu versichern und auch kurzfristig in göttingen vor gericht zu erscheinen ja und dann lass uns mal eben reinschauen also es wurde das buch bestellt es wurde das buch bestellt dieser screenshot ich nehme mal zur vereinfachung mein logo raus wir sehen hier den 2020 shop oben die notiz dass diese dieser screenshot am 11 12 2022 entstanden ist für größer ist ein wenig hier sehen wir den bestellverlauf bestellt am dritten achten 22 24 24 euro 80 per banküberweisung hier der hinweis warten auf zahlungseingang so also am dritten achten wurde dieses buch bestellt und am 11 dezember 2022 steht auf der shop seite von 2020 warten auf zahlungseingang es geht weiter das ist der kontauszug ja natürlich hier ist alles vorhanden und wir sehen hier bezahlt am 17 schrägstrich 18 8 24 80 am 17 schrägstrich 18 8 das heißt also sekunde ich will es noch mal ein bisschen kleiner wieder machen das heißt also am 17 8 wurde es bezahlt am 11 12 hat man keine ahnung darüber warten auf zahlungseingang dass das geld auf dem konto eingegangen ist mich würde mal interessieren ob die bücher also die lohnbuchhaltung dieses alles auch auswirft das ist noch mal der kontoauszug und das hier finde ich besonders interessant das ist die rechnung vom 14 februar nachbestellung sechs monate und hier steht jetzt ein rechnungsdatum das hier ist das lieferdatum 14 februar 2023 bestellt am dritten achten 2022 das sehen wir hier unter bestelldatum rechts und links sehen wir das rechnungsdatum das ist meiner Meinung nach so buchhalterisch nicht in ordnung das rechnungsdatum müsste das vom kontoauszug sein nämlich der zeitpunkt der bezahlung oder der zeitpunkt der bestellung nun bin ich kein ja wie sagt man nun bin ich kein fachmann für steuern oder für gesellschaftsrecht oder was aber vielleicht kann sich das der verteidiger simon einmal anschauen wenn der zeit hat inwieweit wäre das jetzt interessant für die verteidigung es ist nichts zusammengebaut dafür ich habe diese unterlagen überprüft im original gesehen ja können wir oder kann derjenige oder kann die verteidigung frau fischer hier etwas nachweisen also ich will jetzt mal so sagen als laie als laie möchte ich mich mal so ausdrücken also als juristischer laie drücke ich mich so aus dass ich denke okay also um das zu vereinfachen sie hat das buch verkauft lasst uns mal überlegen wie viele bücher muss man bei 24 80 verkaufen natürlich sind die kosten nicht abgezogen wenn man 70.000 euro haben muss keine ahnung ist nur mal so eine summe 24 80 dann muss ich 2800 bücher verkaufen das ist nicht unbedingt viel das geld ist schnell zusammen wisst ihr was ich meine ja und das würde bedeuten dass frau fischer buch verkauft hat und die kohle in einen topf ging und davon wurden die verbindlichkeiten bezahlt dann für mich wirft man aber vor dass er sein darlehen entnimmt aus dem ausschuss in ein konto einzahlt und von da aus andere rechnung andere käufe tätigt ja versteht ihr also im grund ist das jetzt dasselbe was sie macht ja sogar noch hier ja zur gewinnoptimierung dieses diese buchgeschichte es wurde gesagt ja ja wir hatten probleme mit der auslieferung mit dem druck leute ich habe auch schon mal ein buch geschrieben ja du brauchst das du brauchst sozusagen die vorlage des buches nur online abschicken an zum beispiel books on demand das kostet was kostet das 39 euro 90 einmalig ja und dann dauert das eine einrichtungszeit von einer woche maximal und dann kannst du dieses buch überall auf allen plattformen kaufen ja und es gibt noch mehr von diesen von diesen ja wie sagt man das von diesen buchdruckereien ja oder online buchhandlungen ja natürlich versucht man das selber zu drucken weil man den maximalen profit machen kann aber ja also gut ich will jetzt wie gesagt frau fischer nichts unterstellen ich möchte ganz einfach nur fragen können wir reiner für mich damit entlasten das ist die frage die auch durch den inhaber dieser papiere an mich gestellt wurde ja und es ist witzigerweise so passiert so viel passiert immer online aber hier hat man mich tatsächlich auf der straße angesprochen und mir die unterlagen gezeigt ich habe mich dann getroffen mit denjenigen und ja also es hat hier nichts mit e mail verkehr oder irgendwelchen gefakten photoshops zu tun es ist tatsächlich alles analog passiert ja und wir stellen die frage kann man reiner füllen mich damit entlasten das ist die frage die ich auch an euch einmal stellen möchte und ich möchte euch bitten in vernünftiger manier hier in der kommentarspalte mir zu sagen ob ihr der meinung seid oder auch gerne auf meinem telegram-kanal wo ihr möchtet ja ich finde es absolut heiß also ich finde diese ganze sache so heiß aber ich bin eben auch ein laihe und und wir sind ja hoffnungsvoll und wir sind immer bestärkt und solche kleinigkeiten können vielleicht ja zum erfolg führen wie gesagt ich möchte frau fischer keineswegs hinter gitter sehen um gottes willen um gottes willen was für reiner füllmich gilt gilt auch für alle anderen niemand soll im bau sein niemand soll im knast sitzen darum geht es nicht es geht darum herrn füllmich rauszuholen ja reiner füllmich zu entlasten aber wie gesagt das müssen mal die juristen irgendwie checken und mal prüfen ja ob die reiner füllmich damit irgendwie entlasten können in der verteidigung tja meine lieben ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit teilt dieses video diskutiert will unten in der video beschreibung ich bin raus für heute bedanke mich für eure aufmerksamkeit und falls du meinen kanal noch nicht abonniert das tut das bitte damit du in zukunft nichts wichtiges mehr verpasst und vor allem den ausgang dieser sache hier auch mitbekommt vielen lieben dank tja und vor allem damit und zukunft nichts verfasst denn was die zukunft bringen wird das weiß keiner so genau eins weiß ich allerdings sicher wir sehen uns auf diesem kanal auf alle fälle wieder bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020